Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie drehe ich einen Dieb erfolgreich den Hals rum? ein schwert sauber zu halten gefällt mir genau ich verrate euch wie ihr sie einsetzt antonius planer fordert eine kleine täuschung wir müssen die wachen imitieren das heißt dass wir ihre rüstungen tragen müssen und eine bootsladung rüstungen wurde gerade in kisten verladen und wird bald zum setter gebracht plündert diese kisten und bringt ihren inhalt ist das erledigt müsst ihr mir noch ein boot besorgen und hierher bringen damit werden wir unsere männer unbemerkt in den palazio schleusen so gut wie erledigt leider machen leute die kisten plündern denen die rüstungen für emilius wachen transportiert werden dann ein boot stehlen und zu ugo bringen ugo was sind das für namen wenn ich hätte gerne ugo zum trinken ne jetzt messen macht aber so schlecht ja was machen macht man mit einer bande von dieben was macht man damit frage ich mich auch nach der letzten folge die können nichts es tut mir ja leid aber ne dem spiel können die echt nichts ich würde jetzt noch mal auf ein anderes spiel hinweisen was ja sehr viel damit zu tun hat aber ich lasse es was dann sonst könnte man meinen ich lebe in den in den let's plays irgendeine ach wie sage ich das ist dass es nicht falsch rüberkommt sonst könnte man meinen ich benutze die let's plays dazu von von anfang bis ende zu schwerden falls irgendjemand weiß was ich damit jetzt meines nichts perverses ihr schlingeln nicht perverses Ach, nö, ne? So, Schnauze. Schnauze, Schnauze. Alter. Rüstung beschädigt. Ja, mir egal. Mit denen komme ich auch so klar. Ah! Ahnung, Sperrgebiet. Ja, danke, dass du mich jetzt darauf hinweist, Schnauze. Oh, aber reicht's mir mit euch. Du, was willst du? Hey, du Vogel, du leuchtest. Du Kaulquappe. Was ist denn mit dem los? Da war gerade eine Staubwolke. Also entweder ist er gerade erschienen. Was soll denn das jetzt? Oder er hat eine Kiste fallen gelassen. Macht, wenn ihr nicht stolz, findet den Mörder. Lass dich ließen. So. Eine Kiste. Hab ich schon noch. Kisten werden gewacht. Nehme ich mal an. Vielleicht lasse ich mich doch noch auf die ganzen Typen da ein. Und ich nenne sie jetzt wirklich Typen, weil die sind das für mich nicht. Einfach nur unfähige Nuizen. Ja, das sind Nuizen. Ja, das sind Nuizen. Nuizen ist das neue Anfänger. Ja, man kann's nicht anders sagen. Das sind die neuen Anfänger. Da können die Kurtis sagen, aber mehr. Ach, naja. So, jeder. Wehe. Ihr seid das Geld nicht wert. Dann gibt's aber eine Schelle. Oh. Okay, da unten können wir nicht hin. Da ist Wasser. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das Wasser. Aber da sind... Da sind Wachen. So, weglocken. Ja, hast du gut gemacht. Wirklich. Sehr gut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Puh. Ich könnte ja warten. Bis, äh, ja. Bis die von selbst ins Wasserfalle dann hier noch in die Presse reintreten. Ja, Ecolo. Irgendwas. Was auch immer das heißt. Wow, Ezio. Kannst du ja treten. Cool. Ach, da ist ja hinter mir noch so eine Fraktion. Ja, ist gut jetzt. Warum hab ich... Ihr seid sowas von unfähig. Wisst ihr das? Ja, was ich gerade erst gesehen habe. Geht mal weg da. Hier. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Tja, die liegt da. Gut, dann macht euch mal nützlich, aber ohne zu sterben, bitte. Na, warte, wenn ich euch erwische. Trottel. Naja, klappt um einiges besser als in der letzten Folge. Ist das einer von meinen Neuen? Ah, ne, Kunsthändler. Ne, Kunst mag ich nicht. Ah, es sind überall. Überall Nuizen. Nein. Nein. Es wird immer schlimmer. Yeah. Habe ich umsonst Geld ausgegeben. Irgendwo kommen da Pfeile vorbeigeflogen. Von dir. Wahrscheinlich. Alter. Alter, ich sehe gleich aus wie ein Igel. Lass das. Mach mich nicht aggressiv. Alter, der lässt mich nicht mehr aus... Ist das denn scheiß Ernst? Ich hasse das. So, und tschüss. Ja, lebt wohl. Alter. Wir haben viel Spaß in Winnie, nicht? Ich liebe es. Und ich könnte heulen. Einmal wird man von den Dieben verarscht und dann von diesen scheiß Wachen. Ich könnte echt heulen. Alter. Pass doch dein scheiß Boot. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Darf ich wieder hier raus? Ach, noch ein Ziel. Ich brauche einen Schmied. Ja, Truhe ist doch in Ordnung. Ich habe es gesehen. Da war doch irgendwo ein Steckbrief. Steckbrief? Hallo? Ach, komm, egal. Mach ich ohne. Oh. War das... Ach, das war ein Spion. Ach gut, ich dachte schon. Ach, da haben wir ja unsere Freundin. Ja, hallo. Hallo? Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch, Venezia? Die Stadt hat Scham. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Verbeni, das kann ich tun? Nun, ich nicht. Aber Franco kann. Franco, bewegt deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So. Gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Mir ist gerade aufgefallen, Ezio hat ja einen Drei-Tage-Bad. Ezio! Steht dir gut? Affen machen alles nach E. Das will ich aber überhört haben. Die Technik, Klettersprung von Rosa lernen. Affensprung vielleicht, ja. Ach, Gott sei Dank. So. Springen, wie du vorher noch nie gesprungen bist. Nach der Kante. So. Wie war ich? Es gibt bessere. Ah. Ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz hoher. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Nichts liebe als das, bella Donna. Uh. Wir haben viel Geld. Das heißt, könnten wir uns rein theoretisch noch mal was leisten. Aber noch nicht. Oder? Ich führe nur beste Qualität. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Mh. So. Was haben wir denn? Gesundheit plus zwei, Widerstand plus vier. Nehmen wir mal das. Wenn schon, dann richtig. Keine Waffen. Haben wir hier noch was? Ich bin Geld. Wie ist das? Ach, komm. Euer Geld scheint echt zu sein. Ja, jetzt haben wir wieder ein Schwert. Also hatten wir die ganze Zeit kein Schwert. Und weil ich hier in Venedig was gekauft habe, ist jetzt der Wert von Monteregioni gestiegen. Logisch. Ah, Ezio. Ich hoffe, er würde zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja. Wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Frühjahrsputz. Müsste ich auch nochmal machen. Ähm, hm. Die verräterischen Diebe entlarven und töten. Das sind bestimmt die Pappnasen von vorhin. Nichts können. Ja, wie wir alle wissen, sind Diebe Assassinen waffentechnisch haushoch unterlegen. Das heißt, denen geht's jetzt an den Kragen. Muhahaha. Diese und letzte Folge. Das war was. Unterhaltung pur. Muss man nicht ins Kino gehen. Tja, ich bin auch ätzig. Und Asensine. Ah, sehe ich da eine Feder. Ich laufe wieder überall rum, wo ich nicht hinlaufen soll. Warum immer nur in den Let's Plays? Wenn ich allein spiele, dann geht das. Funktioniert alles perfekt. So, wer ist hier der, der dumm macht? Wer könnte sich vor solch einem Mann bestätigen? Niemand. Ah, ich sehe ihn. So, Freundchen. Du bist tot. Ha. Yeah. Oh, ja. Was? Im Ernst? Im Ernst hat der Hitzio gerade einen Fall im Arsch stecken? Wirklich? Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte vom Schiff runterspringen im Assassin's Creed 4 Style. Hat ja nicht geklappt. Stattdessen habe ich einen Fall in den Arsch bekommen. Jetzt, du machst was mit hier. Ohne Witz, die letzten zwei Folgen, also diese hier, ist ja auch bald vorbei. Und die letzte Folge waren an Stummheit nicht zu übertreffen. Alle interessierten Parteien sollen sich bitte bewerben. Oh. Ja, in Waffen, äh, in Waffen. In Wachen reinlaufen ist jetzt nicht unbedingt das Klügste, was man tun kann. Alter. So was habe ich ja noch nie erlebt. Wo ist denn der her? Soll man ihn? Ach, da oben. Da oben ist er ja. Na, Schnauze. Fall runter. Sei tot. Gut, das Problem hat sich schon selbst erledigt. Yeah, Wasser. Wagt es und schießt mir nochmal einen Pfeil in den Arsch. Ich komme damit einfach nicht klar. Ich habe einen Pfeil in den Arsch bekommen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also, ich nicht, aber ätzig. Ja, natürlich. Und ihr seid wieder sofort da. Klar. Nein. Geht weg. Dann tust du doch einfach nicht. Nicht mein Problem. Ja, das ist eine Leiter, mit der ich ganz einfach nach oben komme. Aber nein. Ich bin ein Assassine und klettere lieber. Denn das tun Assassinen. Machen den ganzen Tag nichts anderes. Komm, den letzten kriegen wir doch auch noch. Schnauze. Dein Bogen. Ist ja ein Pfeil an mir vorbeigeschossen und hat mich ausnahmsweise nicht im Arsch getroffen. Gut, wo ist er denn? Wo haben wir denn den guten Mann? Ach, ne, das ist ein Neubahn. Was? Bitte. Was? So, wo ist er denn? Irgendwo ist er doch. Ah, ich habe ihn. Trottel. Jetzt kommt mal unser Schwert zum Einsatz. No. No. Das greift jeder an, nur nicht der, der angreifen soll. Macht schon, dringet ihr schnell zu Ende. Auf geht's auf einmal. Ja, nicht am Bein kratzen, kämpfen. Oh, ich bin hier in einem Kampf verwickelt, im Leben tot. Und das erste, was ich tue, ist mich einfach mal am Knie kratzen. Denn das Jucken ist ja schlimmer als die Angst vor dem Tod. Moment. Ihr müsst ja auch noch hier versorgt werden. So, sojahs Pust ist synchronisiert. Die Folge ist auch schon gleich vorbei. Also, sie ist seit ungefähr einer Minute vorbei. Nein, sie ist jetzt vorbei. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, ihr verzeiht mir diese kleinen Ausrutscher. Aber ihr wisst ja, wie es ist. In Spielen kann vieles passieren. Ja, also, würde ich mal sagen, macht's gut. Ciao.